Hey Kinder, seht mal, der Traktor baut ein Haus. Oh nein, die Mauer ist eingestürzt. Die Ziegel kleben anscheinend nicht. Wie klebst du sie zusammen? Hast du eine Idee, kleiner Lastwagen? Willst du sie zusammenkleben? Ja. Okay. Nein, das wird nicht funktionieren. Sollen wir etwas Zement probieren? Dann müssen wir einen Betonmischer bauen. Ja. In Ordnung, Fahrzeuge. Packen wir es an. Zuerst müssen wir ein Fahrgestell finden. Kran, kannst du es sehen? Hier ist es. Schnapp es dir, Kran. Und was hast du dort gefunden, Traktor? Oh ja, es ist die Kabine des Betonmischers. Aber wie kriegen wir sie? Hey, Kran, lass uns dem Traktor helfen. Komm schon, Kran. Nur noch etwas mehr. Da ist ja die Kabine. Oh ja, aber ein wichtiges Detail fehlt uns noch. Weißt du welches? Oh, es ist der Mixer. Er mischt Beton. Und hier ist er. Der Traktor und der Lastwagen haben ihn gefunden. Nun die Halterung für den Mixer. Und das ist ein Trichter, um die Mischung zu gießen. Super. Nun müsst ihr die Zementmischung vorbereiten. Genau so. Trockener Zement wird in den Trichter des Mischers gegossen. Alles, was wir tun müssen, ist etwas Wasser hinzuzufügen. Gut gemacht, Traktor. Wir warten, bis sich der Zement vermischt hat. Sehr gut. Jetzt können wir eine starke Mauer bauen. Richtig. Ihr müsst eine Schicht Zement auftragen. Und die Ziegel. Haha. Oh, der Bagger hat sich mit Zement übergossen. Aber er ist noch nicht komplett starr. Autos, wir müssen ihn freigeben. Großartige Idee, Traktor. Wir müssen den Zement zerbrechen. Hurra. Ah, der Bagger ist wieder frei. Ihr habt das super gemacht, Autos. Ihr habt einen Betonmischer gebaut. Und eine starke Mauer. Und der Bagger hat auch gelernt, dass man mit Zement vorsichtig sein muss. Weil man damit zu Stein werden kann. Nochmals vielen Dank an alle. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.